Herzlich Willkommen zu dieser Videobesichtigung von Markquart Immobilien. Wir sind Immobilienmakler in Bad Kissingen und haben uns auf den Verkauf von Immobilien spezialisiert, vor allen Dingen auf Häuser, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser zur Kapitalanlage und in einzelnen Fällen auch Grundstücken. Von Bad Kissingen betreuen wir ein Gebiet von ungefähr 100 Kilometern, eine Stunde Fahrzeug mit dem Fahrzeug, mit dem Pkw, im Norden Richtung Fulda, im Süden Richtung Würzburg, Schweinfurt sind wir sehr stark vertreten und im Osten Richtung Bamberg. In einzelnen Fällen verkaufen wir auch Objekte darüber hinaus Richtung Erlangen, Nürnberg, Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, NRW. Wie immer bei unseren Besichtigungen handelt es sich hier um ein Trailer-Video, das heißt ich sage ein bisschen was zum Objekt und Sie haben im Anschluss die Möglichkeit auf unsere Webseite zu gehen und sich das vollständige Exposé freizuschalten. Dort bekommen Sie dann die Adresse, Drohnenbilder, diverse Unterlagen die Sie benötigen und natürlich auch die Vollversion von dem Video. Wie immer bei unseren Videos handelt es sich um eine 360 Grad Besichtigung, das heißt Sie haben die Möglichkeit während des Videos die Ausrichtung der Kamera in alle Richtungen zu schwenken. Die Kamera ist auf mich voreingestellt, aber Sie können die schwenken, dann haben Sie jetzt einen tollen Ausblick, weil ich befinde mich, das sehen die Kissinger im Hintergrund in Reiterswiesen im Ortsteil oder Stadtteil Reiterswiesen an der Botenlaube, die ist hinter mir und wir haben heute ein Objekt bzw. ein Grundstück im Angebot. Es handelt sich hier um ein Grundstück im Stadtteil Reiterswiesen. Reiterswiesen hat eine gute Verkehrsanbindung, einmal Richtung Stadt Bad Kissingen selbst, aber auch Richtung Schweinfurt. Es gibt diverse Versorgungen, es gibt einen Kindergarten, es gibt eine Grundschule, das Krankenhaus von Bad Kissingen ist in Reiterswiesen und Sie kommen auch fußläufig zum Beispiel zum Terrassenschwimmbad, das ist das Freibad, was wir hier haben. Das Grundstück, was wir im Angebot haben, ist eine Baulücke. Baulücken sind sehr selten geworden inzwischen, ist leicht am Hang gelegen, circa 500 Quadratmeter und aus meiner Sicht eine Seltenheit, weil wie gesagt, es gibt nicht mehr viele von diesen Baulücken im Angebot. Es ist von der von der Lage so, dass Sie im Endeffekt eine Straße haben, von der aus Sie gegebenenfalls auch einen barrierefreien Zugang ermöglichen könnten und der Garten oder die Terrasse wäre von der Straße abgewandt mit einer Südausrichtung. Versorgungsleitung, Gas, Wasser, Strom, Telefon liegen natürlich vor Ort und wenn Sie das interessiert, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite und schalten sich das vollständige Exposé frei. Gerne unterstützen wir Sie dann bei Ihrem Bauvorhaben und dem, was da im Endeffekt geplant werden sollte, holen Informationen rein etc. Wenn das nicht das passende ist, wenn Sie kein Grundstück suchen, sondern vielleicht ein Haus oder eine Wohnung, dann abonnieren Sie unseren Kanal, gehen Sie auf YouTube, suchen Sie nach MagWatt Immobilien, abonnieren und die Glocke und dann haben Sie die Möglichkeit in Zukunft immer wieder Videos von uns zu bekommen, wo wir ein Objekt vorstellen und können schauen, ob das passt oder nicht. Wenn Sie unser Marketing nutzen wollen, kommen Sie auch da gerne auf uns zu, zumindest im regionalen Raum sind die Videobesichtigungen und was wir anbieten einmalig. In dem Sinne erstmal vielen Dank, dass sich die Zeit genommen haben und ich fahre jetzt zum Grundstück, macht die Vollversion vom Video und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu, schalten sich das Exposé auf unserer Webseite frei. Wir unterstützen Sie gerne bei der Suche nach einem passenden Grundstück oder einer Immobilie. In dem Sinne vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei der Suche nach einer passenden Immobilie. von der Suche nach einer